Methoden der Tiefenentspannung Welche Methoden der Tiefenentspannung gibt es? Wer sollte welche Methode üben? Und woher weiß man, welche Methode der Tiefenentspannung besonders geeignet sind? Heutzutage in der Psychologie, in der Medizin unterscheidet man verschiedene Formen der Tiefenentspannung. Meistens wird genannt autogenes Training, dann die progressive Muskelentspannung, die auch als fortschreitende Muskelentspannung oder progressive Muskelrelaxation bezeichnet wird, als drittes Body Scan, als viertes die Fantasiereise. Darüber hinaus gibt es dann auch die kombinierte Yoga-Entspannung und oft wird auch die Meditation noch als Tiefenentspannung bezeichnet. Allen Methoden der Tiefenentspannung gemeinsam ist es, dass du dich für eine gewisse Zeit lang hinlegst oder hinsetzt, dich löst von äußeren Ablenkungen und dann Techniken übst, die dich in einen Entspannungszustand versetzen. Die Methoden der Tiefenentspannung, die ich eben genannt habe, will ich kurz erläutern. Das autogene Training, begründet von Schulz in den 1920er Jahren, bestehen aus Autosuggestionen. Du gibst dem Körper bestimmte Autosuggestionen, deshalb autogenes Training, selbst erzeugt, und mit diesen Autosuggestionen wird der Körper schrittweise in eine Entspannung geführt. Die progressive Muskelrelaxation, auch fortschreitende Muskelentspannung oder progressive Muskelentspannung genannt, beruht auf dem Anspannen und Loslassen von Muskeln. Du spannst Muskeln fünf Sekunden lang an und lässt sie anschließend los. Gerade Menschen, denen es schwerfällt, bei geschlossenen Augen sich zu konzentrieren oder etwas vorzustellen, fällt es leichter, etwas Körperliches zu machen und danach die Entspannung zu fühlen. Die Fantasiereise arbeitet über das Visuelle. Du liegst oder sitzt und stellst dir etwas Entspannendes vor. Du kannst dir zum Beispiel vorstellen, du bist an einem Strand auf einer Insel oder du liegst auf einer Wiese vor einem See oder in einem Wald und so weiter. Und wenn dir das vorstellst, kommt eine Welle der Entspannung. Dann gibt es noch Body Scan. Das heißt, du gehst durch deinen ganzen Körper, zum Beispiel von unten nach oben, spürst den Körper und wenn du entspannt durch deinen Körper hindurchgehst, wird der Körper ganz entspannt. Es gibt im Yoga eine Fülle von Entspannungen und im Yoga würden wir sagen, man kann unterscheiden Methoden der tiefen Entspannung, die mit Bildern arbeiten, mit Visuellen, solche, die mit Auditiven arbeiten und solchen, die mit Spüren arbeiten und solche, die eine Kombination davon sind. Und letztlich die genannten Entspannungsverfahren, autogenes Training, PMR, dann Body Scan und Fantasiereise stammen ja alle auch aus dem Yoga. Visuelle Techniken sind also die Fantasiereisen und dann Auditive, während zum Beispiel durch autogenes Training, Autosuggestionen, wobei im Yoga es noch andere Formen der Autosuggestionen gibt. Du kannst zum Beispiel einfach sagen, ich entspanne die Füße, ich entspanne die Waden und dann gibt es auch noch die Entspannungstechniken über das Fühlen, Bewusstseinslenkung, wie es eben zum Beispiel ist über PMR, wo Anspannen loslassen und dabei Spüren oder auch Body Scan geht. Und besonders interessant sind die kombinierten Verfahren, die wir im Yoga meistens verwenden, weil es einfach für die Mehrheit leichter ist zu kombinieren. Also zum Beispiel bei der Yoga Vidya klassischen kombinierten Yoga Entspannung spannst du erst die Teile an, bebinst bei den Füßen und gehst bis zum Kopf. Anschließend übst du Autosuggestionen, ich entspanne die Füße, ich entspanne die Waden und dann gehst du weiter und nachher gehst du an eine Fantasiereise, du stellst dir etwas vor und als letztes bist du in der Stille. Dann gibt es auch noch Yoga Nidra als eine komplexere Methode der tiefen Entspannung, wo du auch etwas länger in der Entspannung bist, die besonders energetisch wirkt, auch auf die Chakren wirkt und auf die Bewusstseinsebenen wirkt. Und wenn du jetzt auch noch die Meditation zu den Methoden der tiefen Entspannung dazu zählst, dann gibt es natürlich da auch wieder sehr viel. Wir bei Yoga Vidya würden sagen, tiefen Entspannung ist eher im Liegen und Meditation ist eher im Sitzen. Obgleich es auch tiefen Entspannung im Sitzen gibt und Meditation im Liegen. Typischerweise aber macht man Meditation im Sitzen und da gibt es eben die Mantra-Meditation, die Licht-Meditation, die Ausdehnungs-Meditation, abstrakte Meditation und so weiter. Und woher weißt du jetzt, welche Methode der tiefen Entspannung für dich am besten ist? Probiere es einfach aus. Im Grunde genommen, jede Form der tiefen Entspannung ist gut vom Standpunkt des Körpers, der Gesundheit, der Energie und der Psyche. Du wählst aber die tiefen Entspannung aus, die dir subjektiv am besten gefällt. Also bei tiefen Entspannung ist wirklich die Frage, was gefällt dir am besten? Denn alle Techniken der tiefen Entspannung wirken in etwa gleich gut. So ist es gut, das auszuprobieren, wenn du zum Beispiel bei Yoga Vidya einen Anfängerkurs mitmachst, auch einen Hatha-Yoga-Anfängerkurs, lernst du im Laufe der acht oder zehn Wochen verschiedene tiefen Entspannungstechniken kennen. Oder wenn du bei Yoga Vidya einen Entspannungskurs für Anfänger mitmachst, lernst du auch unterschiedliche tiefen Entspannungen kennen. Oder wenn du in einem der Yoga Vidya Ashrams eine Yoga-Ferienwoche mitmachst, die ja jeden Sonntag beginnt, lernst du in den fünf Tagen, wenn du alle Hatha-Yoga-Kurse mitmachst, also in zehn verschiedenen Yoga-Stunden, einige tiefen Entspannungen kennen. Bei Yoga Vidya kannst du auch eine Entspannungs-CD erwerben. Oder wir haben auch auf unseren Internetseiten inzwischen fast 100 verschiedene Anleitungen. Ich glaube, es sind nicht fast 100, sondern über 100 verschiedene tiefen Entspannungsanleitungen als MP3 oder auch als Video, ganz kostenlos. Du kannst also jeden Tag eine andere ausprobieren und dann in einem halben Jahr weißt du sicher, welche tiefen Entspannung für dich am besten funktioniert. Alle Infos auf yoga-vidya.de Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!